Lionel Messi hat seinen Rücktritt aus der argentinischen Nationalelf angekündigt. Er war am Sonntag mit seiner Mannschaft im Finale der Copa America an der Auswahl von Chile mit 4 zu 2 gescheitert. Im Elfmeterschießen hat er Messi selbst sein Tor vergeben. Das war's. Das ist meine Entscheidung. Ich habe gekämpft und alles für den Sieg getan, aber dies war schon das vierte Finale. Ich hatte schon früher darüber nachgedacht und ich habe wirklich alles versucht. Wieder mal ist es mit dem Elfmeterschießen ausgegangen. Schade, aber so ist es nun mal. Wir wussten, dass es ein umkämpftes Spiel werden würde, besonders im Mittelfeld. Es war das vierte Finale, das ich nicht gewinnen konnte. Mehr als jeder andere möchte ich die Nationalmannschaft zum Sieg führen, aber das ist mir wohl nicht vergönnt. Der 29-jährige Star des FC Barcelona ist seit Jahren einer der besten Spieler einer ganzen Generation. Fünfmal wurde er zum Weltfußballer des Jahres gewählt. Mit seinem Klub gelang es ihm, jede wichtigere Trophäe zu holen. Für Argentinien blieb es bei Titeln in der U20-Mannschaft und bei den Olympischen Spielen 2008. Für Argentinien blieb es bei Titeln in der U20-Mannschaft und bei den Olympischen Spielen in der U20-Mannschaft.